Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play zu Empire Earth Folge 2. Und genau, ja, beim letzten Mal waren wir ja hier schon angefangen und haben die erste Mission schon durchgespielt. Und eine Sekunde, mein Ohr juckt gerade. So, und ja, jetzt sind wir hier schon bei Folge 2. Ich habe beim letzten Mal die Grundsachen schon soweit erklärt. Und ja, da würde ich mal sagen, fangen wir an mit Mission 2. Krieger des Meeres, Leute. Ja, das habe ich ja schon vorgelesen beim letzten Mal. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal. Während das Volk von Thessalien eine Blüte erlebte, floh ein anderes Kriegervolk in Richtung Kreta. König Pelops und seine drei Söhne fuhren mit schnellen Galären nach Norden. Sie waren aus Ägypten vertrieben worden und hoffen, jenseits des Mittelmeeres ein Land reif für eine Eroberung zu finden. Ihre erste Insel, auf die sie trafen, war Kreta, das sich jedoch in den Händen der hochentwickelten Minoah befand. Wieder mussten sie fliehen und die Flotte der Minoah verfolgte sie noch immer. Pelops und seine Söhne mussten jetzt irgendwo auf Kreta einen neuen Hafen finden, wo sie unbeobachtet wieder zu Kräften kommen konnten. Dann würden sie auf der Suche nach einer neuen Heimat weiter nach Norden ziehen können. Das reiche Volk von Thessalien wird bald Gesellschaft bekommen. Wir sollen also über das Meer reisen, hier von Kreta, hier nach Griechenland, also Richtung Athen, Leute. Ah, da sind wir doch auch beim letzten Mal schon hingefahren. Okay, würde ich sagen, legen wir einfach mal los mit dir, schön mit Apollinaris. Und ja, dann geht's mal los. Ja, 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 das ist ja schon ein bisschen weiterentwickelt. Krieg und Zerstörung hatten König Pelops und seine Söhne aus Ägypten vertrieben. Aber hier, im Gewässer des östlichen Mittelmeeres, war es nicht eindeut besser. Mit der Minoischen Flotte im Nacken suchten die Danae nur noch eine sichere Zuflucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Ah, wir sind also die Danae, Leute. Das ist klar. Söhne und Gefolgsleute, freuen wir uns über den sicheren Hafen, sei er auch nur vorübergehend. Hier wollen wir zu Kräften kommen. Haben wir Transport und Kriegsschiffe, kann unsere Reise nordwärts weitergehen. Oh, cool, Leute, wir haben Streitwagen. Ist das nicht geil? Ja, klar. Natürlich. Ich wollte schon sagen, der will bestimmt macht nur unsere kaputt. Nee, danke. Ja, Leute, wir sind jetzt hier auf dieser Insel. Und, ähm, genau, sind schon in der Steinzeit. Genau. Für den König. Für den König, genau, Leute. Was haben wir denn hier? Ah, wir können Restpunkte verteilen. Gut, ähm, ich würde mal sagen, Bei mir, ich, äh, bei mir sind die Bürger sehr wichtig, Leute. Also, dass die erstmal schneller sind, auf jeden Fall. Und dass die ein bisschen mehr aushalten vielleicht. Nee, das reicht eigentlich, ne, das reicht eigentlich schon. Ein bisschen mehr aushalten, komm, doch. Doch, doch, doch. Und, äh, Bogenschützen. Ich glaube, wir haben hier jetzt auch zum ersten Mal Bogenschützen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier mal Auch die Geschwindigkeit hoch. Und, ja, was haben wir hier noch so, was wir uns hier noch so leisten können. Ähm, Schwertkämpfer, glaube ich, brauchen wir auch, ne? Moment, was haben wir denn da? Haben wir auch hier Geschwindigkeit? Geschwindigkeit, sehr gut. Alles klar. Haben wir die ganzen Einheiten mal ein bisschen schneller hier. Gut, Leute, wir sollen uns hier aufbauen. Ähm, da werden wir schon angegriffen von den Minoren, okay. Ja, dann macht die kaputt los. So, Leute. Ja. Wie gesagt, wir sollen uns hier aufbauen. Diese Wachen sind eindeutig hier, um ein Auge auf die Goldminen zu haben. Wir müssen wachsam bleiben. Gewiss sind mehr Minoer-Patrouillen unterwegs. Ah, ja, okay, Leute. Wir sollen uns hier aufbauen, aber es sind Wachen. Unterwegs, alles klar. Die haben die Goldminen besitzt. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, äh, haben wir ja genau sechs Leute für den ersten Goldvorkommen. Ein guter Anfang, mein Volk. So, dann. Ihr arbeitet weiter, derweil ich die alten Geschichten über das Land Hellers im Norden studiere. Wenn ich genug Informationen gesammelt habe, weihe ich euch in meine Zukunftspläne ein. Vertraut mir und uns erwartet eine glorreiche Zukunft. Ja, Pelops, alles klar. Wir sollen weiterarbeiten einfach so, während du, äh, ja, irgendwas anderes machst, ne? Ist klar. Typisch Könige, ey, wirklich. Naja, gut. Leute, ich würde sagen, wir bereiten unseren Holzabbau vor. Ach, genau, Leute. Ich erinnere mich nämlich an was. In dieser Mission kommt es nämlich auf die Zeit an. Ähm, hier werden ab einer bestimmten Zeit hier, äh, unbesiegbare Einheiten kommen. Einheiten, Massen. Und, ähm, ja, das wird problematisch werden. Deshalb müssen wir uns ganz schnell... Oh, scheiße. Moment, Moment, halt, hört mal auf. Wir brauchen, wir brauchen Futter, Leute. Nicht ganz vergessen, wir brauchen Futter hier. So, wir brauchen erstmal kein Gold. Wir brauchen erstmal Nahrung. So, Holzhacker 3. Ja, die reichen da erstmal, glaube ich, würde ich mal sagen. Ja, Leute, freut mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Ähm, ich würde sagen, wir bauen erstmal hier unser Dock auf. So, hier oben. Damit wir erstmal direkt mal Schiffe bauen können gleich. Weil wir müssen hier weg. Wir müssen früher oder später hier weg. Leute, wir sind hier nicht willkommen. Ähm, die Minoah. Sind wir vielleicht sogar die Minoah? Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall gibt es ein Volk hier, was uns, äh, was uns jagt. Und, ähm, die wollen uns loswerden. Und deshalb müssen wir uns gut vorbereiten da drauf. Genau, Leute, geht's euch gut soweit? Äh, ja, mir geht's sehr gut. Ich nehme das einem Samstagmittag auf. Also quasi direkt vor Upload. Oh. Argos hört meine Worte. Die Menschen, die im Norden hausen, bauen ihre Dörfer auf Hochebenen. Man sagt, eine dieser Ebenen, Argos genannt, sei noch unbewohnt. Lasst uns nach Argos gehen und eine Zitadelle bauen, wie man sie noch nie zuvor sah. Genau, Leute, der hat quasi nur das wiederholt, was ich ihm schon, was ich schon gesagt hatte. Ähm, wir sollen hier abhauen, Leute. Wir müssen hier weg. Wir sollen nämlich hier oben hin nach Argos und eine Zitadelle bauen. Ich stehe doch nochmal hier. Bringen Sie Pelops zur Hochebene von Argos. Allerdings werden wir dafür mehr Einheiten brauchen. Definitiv. Deshalb werde ich mal eine Kaserne bauen, bitte. Einmal eine Kaserne. Und, äh, ja, wir können jetzt hier aufsteigen. Genau, Kupferzeit, Leute. Äh, wir können aufsteigen. Das wird ganz wichtig werden, weil... 400, 400, das passt. Weil die Nahrung hier, wie ihr seht, ist sehr begrenzt durch diese Tierchen. Und danach wird es schwierig mit Nahrung sammeln. Deshalb werde ich jetzt ein bisschen sparen, die Nahrung. Ähm, um, ähm, mir die Kupferzeit leisten zu können, weil in der Kupferzeit kann man Mühlen bauen. Genau, Leute, da kann man Mühlen bauen und da kriegt man dann endlos Nahrung. So sieht's aus, Leute. Und, ja, wir haben noch 315 Holz. Ich mach mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen schneller. So, damit das ein bisschen flotter geht hier mit der Nahrung. Aber wobei, die beiden, die machen nix. Die können ja hier auch noch was jagen. Und die auch. Genau, Leute. Ja, schaut mal, wir können jetzt hier Schleuderkämpfer bauen. Und jetzt haben wir hier schon wieder die neuen Einheiten. Speerenträger, Samsons und die Altbekannten. Und, ja, dann wäre es auch schon soweit, soweit erledigt mit der Missionseinführung. Wir sollen uns hier aufbauen. Wir haben hier unseren Pelops und seine Söhne. Die sind übelst schloppen. Eine minoische Patrouille wurde gesichtet. Oh, hier vorne. Okay, ja, dann mach die mal weg. Noch eine minoische Patrouille, also. Wo kommen die denn her, sag mal. Das waren Bogenschützen, wie ihr gesehen habt. Das heißt, die sind schon ein bisschen entwickelter. Wohlan, Milord. Ja, das finde ich auch erstaunlich. Ganz ehrlich. Genau, Leute. Für den König. So. Dann würde ich mal sagen. Boah, erschreck mich doch nicht so. Bringt sie die Pelops und sein Volk nordwärts nach Tessalien. Ist klar, da müssen wir, glaube ich, einen Transportfluss für bauen. Zwei Stück, mach das mal. Ähm, damit wir halt hier ja, die Leute dahin bringen können. Sozusagen. Und, äh. Ich bin mal gespannt, wann der Punkt kommt. Wann der Trigger kommt. Weil es kann, glaube ich, nicht mehr lange dauern, oder? Ich mache jetzt, ich bereite mich jetzt nur schon mal auf den Zeitaltersprung vor. Äh, damit wir später da keine Probleme mit haben. Ich glaube, wenn wir hier alles abgeerntet haben, dann geht's schon los. So, ich mache den Zeitaltersprung, bitte. Bringt mal die Steaks nach Hause, Mensch. Oh, so lange, Leute. Und, ja, da haben wir schon... Doch. Da haben wir schon unser erstes Floß hier. Unsere ersten beiden Flöße. Aber mir fällt noch was auf. Dass die immer Nein sagen. Ähm, das Nein, das ist, glaube ich, von Nei, von Altgriechisch und heißt Ja. Ja, Leute, das ist ja heutzutage auch noch so, ne? In dem Griechenland. Ähm, Nei heißt dort Ja. Ja, das ist ein bisschen... Ein bisschen verwirrend, aber das ist so. Deswegen... Ach, du Heilige! Was ist denn hier los? Komm mal weg da. Los, brauche mal ein Kriegsfloß hier. Los, ich brauche mal ein Kriegsfloß. Was soll das denn? Da greift uns einer an, ey. Nein, 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 nein. Du gehst mal weg, ja? Fahr mal schön im Kreis, bis das Kriegsfloß fertig wird. Oder, Moment, lock die mal hier an Land. Vielleicht... Kann der ja da drauf schießen, ne? Kann der da drauf schießen? Der kann da drauf schießen. Mega gut. So, sehr gut. Dann macht ihr mal das Kriegsfloß kaputt. Und jetzt haben wir ja auch schon einen Kriegsfloß, Leute. Sehr gut. Hui, da wurden wir schon mal angegriffen. Okay. Sehr interessant. Ja, alles noch sehr primitiv, ne? Wie wir hier sehen, also mit Flößen. Och, wo denn jetzt schon wieder? Nein, Leute. Lasst doch meine Bürger in Ruhe. Wirklich. Ja, gut, dann wisst ihr was. Dann kommt mal hier hin. Wir werden hier oft angegriffen, eigentlich gerade, ne? Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Floß, das kann mal hier bleiben. Wir brauchen hier Unterstützung. So, Leute. Das ist schon ein bisschen schwieriger, ja? Muss man sagen. Hallo, könnt ihr mal ein bisschen langsamer hier sein? Macht den kaputt. Hier den auch, hier. Ja, ich habe die Spielgeschwindigkeit noch hoch, aber ich glaube, das werde ich jetzt auch so lassen. Weil, ja, diese langsame Spielgeschwindigkeit, das zieht es nur in die Länge, Leute. Genau, die kotzen erstmal in der Runde. Gut, Leute. Ähm, ich würde sagen, wir machen Zeitaltersprung. Gehen in die Kupferzeit. Und dann würde ich mal sagen, baue ich mal ein paar Einheiten hier. So. Was haben wir sonst noch dabei? Und ein paar Keulenträger. Warum eigentlich nicht, Leute? Gut, ich merke gerade, wir brauchen Gold und Holz. Wir brauchen Gold, Leute. Wir brauchen Gold. Gut, dann sammelt ihr mal Gold, bitte. An der Nahrung sind erstmal genug. Wir brauchen Kohle. Kohle, Gold. So, genau. Weil wir müssen uns weiter vorbereiten, Leute. Wir haben hier ein paar Einheiten, das ist schon mal ganz gut. Und, boah. Autosave, Leute. Meine Güte. Ich dachte schon, es stürzt ab. Aber das mit den Autosaves, das ist ganz gut. Damit das, äh... Ja, damit wir... Keinen Spielstand verlieren. Ja, Leute, wir sind in der Kupferzeit angekommen. Schaut mal, wir haben... Unsere Gebäude sind jetzt schon ein bisschen besser aus. Wir können hier noch Sachen upgraden, sammeln und jagen zum Beispiel, können wir. Dann haben wir noch 15% Holzgewinnung und bessere Türme. Ja, Leute, warum eigentlich nicht? Und genau, jetzt können wir hier zum ersten Mal Einheiten upgraden. Schaut mal. Aufwertung zu einfachen Bogenschützen. Und wir können die Keulenträger zum Streitkeulenträger upgraden. Das finde ich doch mal sehr nice. Und hier können wir wahrscheinlich auch noch... Genau, Leute. Die Kriegsflüße. Die können wir zu Fregatten upgraden, Leute. Richtig cool. Würde ich sagen, machen wir das doch mal. Und wir haben jetzt hier schon ein paar Einheiten. Schon mal ganz gut. Und ja, meine Güte, du. Also Empire Earth, richtig nice. Ich finde auch, das Spiel kommt es so gut an bei euch. Finde ich sehr super. Aber ja, erstes Video am Samstag. Direkt mal mehr als 20 Aufrufe. Und direkt mal drei Likes bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Das ist ganz gut, Leute. Der Bürger, der wäre jetzt normalerweise kaputt gegangen. Aber es gibt hier eine Ballistik, Leute. Eine Ballistik von den Bogenschützen. Ach, schaut mal hier. Wir haben hier eine Fregatte, Leute. Wir brauchen, glaube ich, aber auch noch Kriegsschiffe. Galere. Hier, Kriegsschiffe. Ich glaube, die Dinger brauchen wir, oder? So, bauen wir einfach mal eine Galere. Ja, wie gesagt, also... Es gibt in diesem Spiel eine Ballistik. Kann man die schießen lassen? Nein, nein, die kann man leider nicht schießen lassen. Aber übrigens fliegen die... Die Pfeile, die fliegen halt in den Bogen. Was, äh... Ja, logisch eigentlich ist auch, ne? Weil... Im richtigen Lehmfliegen falle ja auch in den Bogen. Deswegen treffen die halt manchmal nicht. Gut, Leute. Unsere Nahrung ist weg. Unsere Nahrung ist weg. Okay, Kriegsfluss. Gold und Holz. Gut, dann würde ich mal sagen... Ich würde mal sagen, die Bürger hier, die Reichen... Ich probiere es nochmal, hier vorne ein bisschen Nahrung zu sammeln. Ich probiere das einfach mal, weil ich möchte es vermeiden, hier Mühlen zu bauen. Weil, ja, die brauchen wir hier unten, nicht ganz ehrlich. Also, wir brauchen höchstens oben noch mehr Unterstützung. So, Leute, dann würde ich mal sagen, äh... Sammelt ihr euch mal hier genau noch eine neue Funktion, Leute. Wir können Sammelpunkte setzen. Das ist auch cool gemacht. Gut, wir brauchen für alles Nahrungsmittel, ne? So, bitte. Die können da noch sammeln, das ist kein Problem. Okay, würde ich mal sagen, brauche ich nochmal ein paar... Bogenschützen. Und am besten noch hier so was. Noch ein Sammelsond. Ne, eigentlich nicht. Ja, oder? Brauchen wir Sammelsons? Ich glaube, die werden was später brauchen. Doch, doch. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bringt ihr mal das Essen rein. Und ich brauche dann Kriegsschiffe, Leute. Ich brauche ganz dringend Kriegsschiffe. Die sind sau teuer, wie ihr seht. 250 Gold und 250 Holz. Hier sind schon sechs beim Gold. Alles klar, dann brauchen wir nur noch Holz. Dann mache ich mal zwei. Sagen wir mal, bringen mal Holz bei. So, Leute, hier mal unsere Armee. Wir brauchen, glaube ich, auch noch sogar noch einen Kriegsfluss. Wobei, das wird gerade geupgradet. Transportschiff, Kupferzeit. Genau, Leute, schaut mal. Die haben sich das geupgradet. Ja, das soll er mal versuchen hier. Ich habe aufgerüstet. So, Seeschlacht, Leute. Da sehen wir mal, dass die beiden Sachen gegen Kriegsfluss eigentlich nicht so guten Schaden machen. Aber, naja, die Masse macht es halt. Gut, die bringen die letzten Futtervorräte rein. Ich würde sagen, dann baut ihr alle mal Holz ab. Weil mehr Nahrung... Ich baue jetzt noch ein paar Einheiten. Streitkolbenträger, Speerträger, ein paar Bogenschützen. So. Oh nein, Moment, nein, 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 nein. Ich muss aufpassen mit dem Holz. Ich würde ganz gerne Schiffe sammeln. Schiffe bauen. So, dann baue ich noch ein paar Streitkolbenträger. Ach, nein. Und die können wir eigentlich auch später nochmal upgraden, ne? Ihr könnt nach wie vor zehn Leute tragen. Das ist natürlich... So, bauen wir dein echtes Kriegsschiff hier. Los. Ich brauche Kriegsschiffe, Leute. Ganz dringend. Und danach brauche ich eigentlich auch noch ein Floß. Ein Transportfloß. Ich brauche Holz, Leute. Ich brauche ganz dringend Holz. Weil wenn die hier ankommen, wenn gleich die Meldung kommt, dann müssen wir erstmal weg hier. Dann müssen wir dringend weg. Wir müssen die Gebäude zurücklassen. Und ich brauche definitiv mehr als 20 Slots. Weil ich habe definitiv mehr als 20 Einheiten schon. Und mein Kriegsschiff ist gleich schon fertig, Leute. Das ist schon mal geil. Ja, sehr gut. Das Wetter, das ist ja... Das hat sich ja ein bisschen... Das ist ja warm geworden wieder hier, ne? Hier in Deutschland. Das ist ja nicht mehr feierlich, ne? Also es wird mich schon langsam wieder zu warm. Ohne Scheiß. Gut. Leute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir ist es wieder... Boah. Wenn es wieder mehr als 25 Grad sind in der Sonne, das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel, Leute. So, wir haben so viel Gold. Ich glaube, bringt man die drei ihr Gold weg und macht mal mit Holzhacken hier los. Ich brauche mehr Holz. Ich brauche definitiv mehr Holz. Bevor die hier ankommen. Weil, wie gesagt... Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Äh, was ist denn der Shortcut fürs Laden? War das nicht D? T? Ne, Moment. Egal. Ähm, Leute. Geht mal hier auf die Kriegsflüsse. Esto. Genau, Leute. Das ist ein griechisches Wort, glaube ich. So. Ah, das passt sogar. Das passt sogar genau auf die zwei Flüsse. Alles klar. Dann würde ich sagen, brauche ich nochmal einen Transportfluss. Äh, ja. Transport hat gut verzeiht. Und, äh... Fischerfluss. Wir haben Fische, Leute. Hier, Fischvorkommen. Genau, Leute. Wir können Fischerei betreiben. Aber ich darf hier nichts in der Nähe haben. Lass ich das erstmal. Ich brauche erstmal mehr Schiffe. Was zur... Was zur Hölle machen die denn da? Ey! Packt mal eure Einheiten aus, hier. Der hat also Spawner. Der hat also Spawner-Einheiten, Leute. Das ist mal völlig interessant, ja. Und der hat... Der hat zwei Bürger von mir kaputt gemacht. Hey! Ja, okay, Leute. Wir müssen uns also nach wie vor gegen Wachen wehren. Hm? Alles klar, Leute. Gut, dann haben wir jetzt hier das nächste Floß schon. Das reicht natürlich für zehn Bürger. Wir brauchen noch eins. Eins brauchen wir noch. Hm, würde ich sagen, bauen wir das mal. Und, ähm... Ja, ansonsten... Und danach am besten noch ein Kriegsschiff. Pff, uh, Leute. Wir brauchen viel Eisen. Wir haben hier kein Eisen. Wir haben hier nur Gold. Gut, das heißt, wir können noch keine Fregatten oder Galeren bauen. Wir können also nur Kriegsschiffe bauen. Alles klar. So, wir haben jetzt hier noch 30 Plätze. Wie viele sind denn das? So, dann zähle ich mal durch. 15 sind das, glaube ich. 15 Bürger. Ja, das ist zu viel. Das hier ist leider zu viel. Aber ist nicht schlimm. Fischerfloß. Moment, ich gucke mal. Haben wir hier nicht doch irgendwo noch ein bisschen Fischen? Fischerei vorkommen. Ich schaue einfach mal mit diesem leeren Transportfluss hier. Kann ich sowieso mal machen. Hier so ein bisschen die Karte erkunden. Warum eigentlich nicht, Leute? So, dann würde ich sagen, brauche ich einfach nochmal ein Kriegsschiff. Weil wir müssen... Wir brauchen hier jede Einheit, die wir... Aha! Schaut mal da. Genau deswegen, Leute. Genau deswegen. Der hat nämlich Kriegsschiffe, der Gegner. Oh, oh, hei, 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 hei. Aha, verdammt. Ja, dann... Kämpft mal gegen die los. Der hat nämlich auch Kriegsschiffe, wie ihr seht. Und... Ja, genau. Das wird schon anstrengender. So, Bots. Weg damit. Genau, Leute. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht. Gut, dann würde ich sagen, baue ich jetzt noch weitere Kriegsschiffe. Und... Ja, das Gold, das geht ja auch ganz schön schnell weg. So, Fischerfluss. Also, Fischerei können wir hier nicht. Das bringt nichts. Ähm... Aber wir sollten eigentlich noch... Ja, kommt. Wisst ihr was? Äh, ich... Oh, nein. Ach, der hat da wieder... Hä? Lass doch meine Bürger in Ruhe. Mensch. Blöden Minoah hier. Los. Lass meine Bürger in Ruhe. Das geht gar nicht, was ihr hier macht. Los. Los, mach die kaputt. Der will meinen Bürger kaputt machen hier. Los. Ja, danke. Das ist aber egal, weil, Leute, ich glaube, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen mit der Mühle. Also, ich werde zumindest eine Mühle mal hier hinbauen. So, Leute. Ähm... Ach, Autosave. Meine Güte. So, mach das mal hier hin. Und... Ich glaube, dann haben wir jetzt erstmal genug Kriegsschiffe gleich. Alle, die, die jetzt fertig werden mit dem Holz, gehen bitte mit hier ran. Weil ich brauche definitiv die, äh, die Nahrung doch. Ja, ich brauche Nahrung, Leute. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Nahrung. Ich hatte gedacht, dass ich da nicht so viel brauche. Aber wir sind ja doch länger hier als gedacht. Und deshalb, ähm, würde ich mal sagen, jo. Machen wir das einfach. Und wie ihr seht, die heilen sich, Leute. Die heilen sich. Die, die, äh, Schiffe in, in unserem Dock. Genau, Leute. Jo, dann würde ich schon mal sagen... Können wir hier noch weitere Bürger bauen? Genau, wir können weitere Bürger bauen. Ähm, ja. Du kommst bitte mit hier zur Nahrung. Weil, fünf Holzhacker reichen, glaube ich, erstmal. Ach, ja, oder Moment. Nein, 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 das braucht ja auch Holz, ne? Gut, dann kann ich einen Bürger nachbauen. Ähm, der kann dann direkt hier dran. Genau, Leute. Wir können ja die Punkte setzen. Ich würde mal sagen, mehr Gold brauche ich eigentlich erstmal nicht. Dann macht ihr bitte erstmal... Geht ihr mal mit auf Holz sammeln. Ähm, du machst mal bitte hier. Das macht... Genau, jede Mühle kann acht Felder beherbergen, Leute. Acht Felder. Und... Ja, die kann man auch upgraden, wie ihr sagt. Also hier kann man auch Bewässerung erfinden. Das heißt, dass wir dann... Joa, mehr Ertrag aus diesen... Feldern kriegen würden. Und was es hier noch gibt, Leute. Es gibt hier eine Art Upgrade-System. Das heißt, man kann hier... Acht Bürger reinschicken. Dann wird das Gebäude größer. Und der Ertrag wird nochmal größer. Allerdings brauche ich jetzt erstmal mehr Bürger. Leute. Mehr Bürger, um... Ja. Wenn wir dann rübersegeln, dass wir dann schnell uns eine Basis aufbauen können. Genau, Leute. Dann würde ich mal... Wir werden angegriffen. Och, der kommt immer hier raus, ne? Der kommt immer hier raus. Ich merke das schon. Das nervt langsam. Hey. Pass meine Bürger in Ruhe hier. Los. Ich lasse die jetzt hier stehen. Der metzelt hier echt meine Bürger platt, ne? Das ist unglaublich. Feigling. Feigling, ja? Gut, dann lasse ich die jetzt einfach mal da stehen. Und dann ist das Thema schon erledigt. So. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Die Gegner hier. Ja, ja. Also das Spiel wird am Ende... Nicht einfach, das sag ich euch. Das wird nicht einfach. Weil... Ich sag's mal so. Mehrere Kampfrunden. Das wird später auch noch kommen. So, dann haben wir jetzt wieder die drei beim Gold. Wir können ja jetzt zum Glück Bürger nachbauen, ne? Dann würde ich sagen, machen wir das auch. Die schicken wir wieder zum Holz hier. Und ich baue am besten. Warum nicht? Ah, wir haben ja nicht genug Holz. Also, okay, ich dachte, wir hätten es Einheiten nicht mit erreicht, Leute. Wir können nämlich noch maximal neun Einheiten bauen. Und... Ja. Würde ich mal sagen, die bringen... Die bringen Nahrung rein. Und... Genau, Leute, was es hier noch gibt, es gibt ein Nebel des Krieges. Das heißt, wenn wir Flächen erkundet haben, sehen wir zwar, ob da Wasser oder Land ist. Oder Bäume. Aber wir sehen nicht, ob da sich Einheiten bewegen. Das ist blöd. Also, das war ja bei Commander Conker ein bisschen übersichtlicher, ne? Aber... Ja, das sollte... Denk ich mal, zu verkraften sein. Gut. Dann würde ich mal sagen, baue ich jetzt noch... Für den Rest hier Bürger. So, vier Stück noch. Und dann haben wir das Einheitenlimit erreicht. Wir haben aber zu wenige Militäreinheiten. Bauen wir hier noch... Moment. Bauen wir hier noch zwei Bodenschützen. So. Leute. Genau, hier gibt es noch Spürhunde, Leute. Die Spürhunde sind dafür da, um Karten zu erkunden. Werde ich hier oben definitiv mal einsetzen, weil... Moment, wo ist meine Uhr? Oh, wir haben nur noch 15 Minuten, oh mein Gott. Gut, dann werde ich in dieser Folge eigentlich nur noch übersetzen. Oh, stopp. Stopp die Bürgerproduktion, Leute. Ich brauche mehr Einheiten. So, Einheitenlimit ist voll. Gut, dann würde ich mal sagen... Äh... Jo, nehme ich mir jetzt die Bürger hier. Das sind acht Stück. Ja, seht ihr das? Genau deswegen habe ich die Einheiten dahingestellt. Genau deswegen, Leute. Genau deswegen. So, dann bringst du noch mal bitte dein Zeug weg. Dann können die nämlich schon mal hier hin und... Auf das Floß. Genau, Leute, auf das Floß. So, weil Holz werden wir da oben eigentlich nicht sonderlich brauchen, oder? Oder doch, 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 doch. Stimmt, wir müssen eine Siedlung bauen. Gut, dann spare ich jetzt den Rest an Holz. Lass die ihm auch mal aushacken. Solange wie es halt... Warum habe ich jetzt zwei weniger? Hat der mir was kaputt gemacht? Ja gut, dann bau noch Bogenschützen, zwei Stück. So, Leute. Gut. Ich würde sagen, sammle ich jetzt noch Nahrung. Mach die Spielgeschwindigkeit noch mal ein bisschen höher. Und... Ja, dann sind wir eigentlich gleich schon bereit mit unseren... ... unserer Flotte hier. Und... Wir können übersetzen. Genau, natürlich. Übersetzen. Ah! Eine riesige Milose Armee kommt von Süden heran. Da ist es, Leute. Da ist der Träger. Ähm, gut. Wir müssen fliehen, Leute. Das heißt... Alle rauf hier. Alle rauf hier. Los. Gut. Da sind sie. Da sind die Truppen. Ähm. Die werden wir niemals besiegen können. Schaut euch das an. Oh, nein. Sind die voll? Sind die alle voll? Oh, verdammt. Okay, dann... ... müssen noch mal zwei Bürger dran glauben. Leider, leider, Leute. So. Gut. Ihr geht bitte hier drauf. Ich brauche jede Einheit. Und... Oh, nein. Ja, okay, komm. Okay, gut. Alles klar. Ach, Mann. Immer mein Okay-Kubel hier. Gut, Leute. Wir haben es geschafft. Der Bürger, der... Ja, der ist jetzt unsere letzte Festung hier. Die können wir nämlich nicht besiegen. Definitiv nicht. Gut, Leute. Was war das? Gut, dann würde ich sagen, meine ein... Oha. Oha. Was ist da hinten? Leute. Gut, Leute. Die machen uns kaputt. Ist aber nicht schlimm. Das ist eingepackt. Das ist gewollt vom Spiel. Wir setzen über. Was ist das denn hier? Was ist das für ein Bug? Gut, Leute. Wir setzen über. Alles klar. Große Völkerreise jetzt hier auf... Auf... Auf See. Gut. Dann macht die erst mal kaputt da? Nein, 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 nein. Die Transporter, bitte. Ach, du Heilige. Die halten ja gar nichts aus. Okay. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, machen wir erst mal die hier kaputt. Ach, du Heilige. Die haben ganz schön viele Schiffe, ja? Ich hätte vielleicht mehr Schiffe bauen sollen, ne? Dann haben wir jetzt hier unsere Seeschlacht. So, macht die kaputt los. So, Leute. Dann würde ich sagen... Jo, Seeschlacht. Mal aus der Nähe betrachten hier. Sau cool gemacht mit dem Sohn, wirklich. Gut, dann hoffe ich mal, dass jetzt hier nicht mehr ganz so viele Schiffe kommen. Da habe ich was Gelbes gesehen. Okay. Interessant. Gut, Leute. Wir wollen keinen Stress. Wir wollen einfach nur übersetzen. Ist das möglich? Hier sind auf jeden Fall schon mal Fischerei. Fischergebiete. Schon mal gut. Ja, Leute. Da ist das Land. Sehr, sehr gut. Da ist das Land schon. Wir haben es geschafft. Geil. Es waren ja doch nicht so viele. Alles klar. Dann würde ich mal sagen... Äh... Entladen. Los. Ja. Sehr schön. Soll unser Volk auf Dauer sicher sein, müssen wir Furcht in den Herzen der giesigen Stämme wecken. Zerstören wir die Stadtzentren der Gegner und machen sie so gefügig. Oh, hei, hei, we sollen Gegner kaputt machen. Okay, Leute. Also, ihr seht, die Missionen hier sind echt fett. Also, echt riesige Missionen gibt es hier. Und wir sollen hier oben ja die Zitadelle aufbauen, würde ich sagen. Marschieren wir mal dahin. In diesem Land gibt es viele Wildpferde. Ich nenne es Argos der Pferdeweiden. Aber wir müssen aufpassen. Die Achäer im Westen begehren diese edlen Tiere und werden mit uns darum kämpfen. Ah, die Achäer, also. Gut. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal dahin, ja. Oh. Okay. Das heißt, sie starten aus Anatolien und werden erst in Thessalien reichen. Sie werden bis aufs Blut kämpfen, um die wilden Herden hier in Hellas zu bekommen. Ei, ei, ei. Das ist ja schon ganz schön heftig hier, die Schlacht. König Penops. Sein Volk laucht seine Führung. Er muss nach Argos kommen und herrschen. Ja, 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 ja. König Penops ist da. Argos, endlich. Gut. Für unsere neue Stadt müssen wir ein Kapitol auf der Hochebene bauen. Nur so werden wir die wahren Herren dieses Landes. Ein Kapitol, das können wir bauen, sehr gut. Gut, Leute, wir... Wir werden angegriffen. Ja, das ist egal, da unten. Gut, Leute, wir sollen ein Kapitol hier aufbauen. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Machen wir das mal hier hin. Ja, doch. Das war ja schon gerade eben schon wieder ganz schön aufregend. Bleibt ihr hier? Die Zitadelle in Argos ist vollendet. Jetzt kann sich die Macht unseres Volkes über das ganze Land ausdehnen. Genau, Leute. Die sammeln schon ganz gut hier Ressourcen ein. Und dann brauchen wir noch Holz. So, wir brauchen Holz. Und vor allem hier die Reiter kaputt machen. Los, mach die kaputt. Der will meine Bürger kaputt machen hier. Mach die kaputt. Verdammte Hacke. So, Leute. Genau, wir können Bürger bauen. Das würde ich sagen, mache ich einfach mal hier ganz, ganz viel. Und der kann wieder hier... Okay. Hier sind fünf, genau, Leute. Setz den einen noch da zum Eisen. Und der Rest, der kann dann mal Türme bauen, Leute. Genau, wir können hier Verteidigungstürme aufbauen. Haben allerdings nicht genug Stein dafür. Das ist blöd, Leute. Ah, was haben wir denn hier? Wir können hier noch ein paar Bonis verteilen. Äh, ja, was machen wir denn da am besten? Ich würde mal sagen, Bogenschützen. Die kriegen mal... Wir haben nur sechs Punkte. Das ist ein bisschen... Lass mal die Bürger stärker werden. Damit die sich ein bisschen verteidigen können. Aber schaut mal an, die haben sieben Angriff. Die, äh... Ja gut, die Eiheiten sind schon ein bisschen heftiger, aber... Ihr wisst, wie ich das meine, ne? Gut, Leute. Wir brauchen eigentlich einen Steinvorkommen. Wo haben wir denn hier Steinvorkommen, Leute? Oh, hier unten habe ich sogar noch einen. Ja, dann... Gut, dann würde ich mal sagen... Was haben wir denn hier? Bauen sie ein Kapitol auf Argos. Habe ich schon. Alles klar. Das finde ich allerdings auch erstaunlich, dass es hier keine Steine gibt. Leute. Dann würde ich sagen, baue ich schon mal eine Mühle hier hinten, Leute. Eine Mühle. Da die Gegner immer von da kommen, werde ich meine Einheiten immer da abstellen. Gut. Ah, ich habe die Melsenia gefunden. Primitive Bewohner von Hellas, von denen ich gelesen habe. Melsenia. Okay. Von denen du gelesen hast, und wir weitergearbeitet haben. Ja, ja. Ist okay. So, Leute. Wir brauchen Nahrung hier. Würde ich sagen, brauchen wir da mal eine Mühle hin. So. Am besten noch einen Bürger. So, saugut. So, wir brauchen noch einen Bürger für die Mühle. Und dann können wir auch Krankenhäuser und alles bauen, weil wir müssen. Genau, Leute. Wir können hier Krankenhäuser bauen. Nein, 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 nein. Lass die in Ruhe. Verdammt. Mal lass die in Ruhe. Wir wollen keinen Stress hier. Nein, 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 nein. Wir wollen keinen Stress. Lass den in Ruhe. Doch. So, dann. Wir brauchen allerdings auch einen Stein vorkommen. Ich würde gerne Türme hier aufbauen. Und auch ein Krankenhaus. Was macht ihr da? Ihr sollt helfen. Los, helft. Du kannst hier her. Nein. Ja, Leute. Das Spiel macht schon echt Spaß, muss ich sagen. Und ja, ich muss mal gucken, ob es hier nicht wirklich gar keine Stein vorkommen gibt. Das wäre nämlich mega mies, wirklich. So, die arbeiten alle. Außer hier der Sammelpunkt, der muss mal weg. Gut. Würde ich schon mal sagen. Bring dir mal Holz rein, bitte. Nein. Ja, gut, dann macht die halt kaputt. Wenn ihr unbedingt drauf steht, dann macht die halt kaputt. Zettlöwe halt ein Krieg. Ach, Moment. Ich glaube, die Stein vorkommen gibt es hier, wenn welche die Dorfzentren platt machen. Das kann natürlich sein, aber die Stein vorkommen brauchen wir, um Krankenhäuser zu bauen. Das ist halt die Schwierigkeit jetzt daran. Ne, weil ich glaube... Ja, da ist ein Speerträger von denen gewesen. Und... Ah, genau. Wir brauchen, glaube ich, Stein fürs Krankenhaus. Genau, wir brauchen 100 Steine. Allerdings habe ich die jetzt nicht mehr. Zerstören Sie zwei feindliche Stadtzentren. Ich glaube, da das eine richtig hier in der Nähe ist, gehen wir da direkt mal hin. Ja, der Bürger ist mir scheißegal dran, wirklich. Leute, die Bürger können sich zur Not selbst verteidigen. Sammelt euch erstmal da. Dann würde ich sagen... Greifen wir... Ach, du Heilige. Ach, du Heilige. Das sind ja ganz schön viele hier. Ähm, wo ist hier der König? Der kann leider keinen Schlachtruf machen, ne? Ach, du Heilige. Die Archea, ja, ja. Das war, glaube ich, das Volk, was wir in der Erstmission gespielt hatten. Wir werden angegriffen. Ja, 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 der hat noch Pferde hier. P-Logs ist gefallen. Nein! Ohne Anführer ist sein Volk in fremdem Land und Funk dabei. Shit. Okay, Leute. Wir haben den ersten Fail. Gut. Allerdings, da werde ich dann... ...den Autosave laden. So. Genau, so sollte es nicht sein. Eieiei, wir waren ganz am Anfang hier. Wir werden angegriffen. Das ist doof, Leute. Zum Glück gibt es hier aber die Autosaves. Ohne Witz. Gut, Leute. Wir müssen auf den hier aufpassen. Gut, wir müssen auf den aufpassen. Der hat nicht so viel Leben, ganz ehrlich. Genau, ihr teilt euch automatisch auf. Und du baust mal direkt mal Bürger hier so los. Ich wollte mal sagen, da wir jetzt wissen, dass hier nichts ist, ähm, ja, das ist blöd gelaufen gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben nicht so viel Zeit verloren. Nein, nein, wir haben nicht viel Zeit verloren. Das waren höchstens fünf Minuten oder so, dank der Autosaves. Pallas. Pallas. Gut, dann baut... Wir haben ein Holz, ne? Das ist wieder... ...blöd. Pallas. So. Geht immer mit zum Holz. Gut, wir müssen also auf den Pellos aufpassen. Hm. Alles klar, ich verstehe. Allerdings können wir unsere Einheiten nicht heilen. Wenn wir keine Krankenhäuser bauen können, dann ist das ein bisschen doof. Aber ja, geht schon irgendwie. Gut, dann erkundet man noch ein bisschen hier. Ach, der will meine Gold vorkommen klauen. Ja, ja, ich merke schon. Alles klar. Oh. Primitive Bewohner, ja. Die Roten, ja, alles klar. Cool, Leute. Dann würde ich sagen, können wir hier nochmal die Hühle aufbauen. Genau. Die neuen Bürger können direkt helfen. Ja, dann versucht ihr das mal bitte. Oder druckelt wieder hier. Warum auch immer. Nicht genug Ressourcen. Schade, Leute. Wir können... ...keine Dings weiterbauen. Wir brauchen Holz, Leute. Wir brauchen Holz. Ach, Mensch, warum... ...was ist denn mit den Frames los? Immer kurz vor Aufnahmeende. Oh, ich sehe gerade sowieso, das Aufnahmeende ist da. Ähm... Hm. Ja, das ist dann blöd. Baut ihr mal weiter. Los. Was denn jetzt schon wieder? Achso. Okay. Steht euch mal hier hin und macht ihr mal bitte Stellung halten. Genau. Ihr sollt da stehen bleiben und nicht überall rumlaufen. Ach, Leute, das ist doch wieder so traurig. Die Folge ist gleich schon wieder vorbei. Mensch, 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 Mensch. So, dann bauen wir weiter Bürger hier los. In 20 Sekunden, um genau zu sein. Ach, Manu. Ich wollte eigentlich noch hier das erste Dorfzentrum kaputt machen. Aber ja. Das wird leider nichts mehr in dieser Folge. Aber die Mission ist auch ganz schön lang, muss ich sagen. Also die Missionen hier sind wirklich... Hut ab. Gut, Leute, dann klingelt meine Uhr jetzt. Und dann würde ich sagen, schicke ich jetzt noch den einen Bürger... Ne, der hier, der kann das hier noch fertig machen. Und dann würde ich sagen, speichere ich das Ding. Und dann hoffe ich, dass euch die Folge hier gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da. Und beim nächsten Mal sehen wir dann, wie wir hier die Dorfzentren alle nacheinander platt machen. Genau, Leute, dann würde ich sagen... Jo. So, lasst ihr den Like oder Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschö, tschö.